Nicht hin! Runter! Die Böse sind in der Böse. Leck dich hin! Runter! Und ihre Leute haben Drogen und Waffen gefunden, heißt es. Zumindest hat man in einem Objekt so viel tatsächlich dann erfinden können, dass eine Person tatsächlich dann auch heute Morgen festgenommen wurde. Es geht eben ganz klar bei dieser Aktion darum, dass dort nicht jemand einjoint in seine Wohnung, sondern für den Privatgebrauch, sondern es geht hier tatsächlich eben um schwerwiegendere Delikte. Polizeisprecher Timo Zell. Der Bremer Senat weist die Forderung der Arbeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im Visier sind 16 verschiedene Objekte, meist Wohnungen im gesamten Hamburger Stadtgebiet. Unter anderem in St. Pauli, Vettel, Habestuhule, in der Neustadt, in Bramfeld und Hamm. Teilweise sollen Blendgranaten eingesetzt worden sein, um die Bewohner zu überraschen. Ebenfalls durchsucht wurde ein Tattoo-Studio am Pferdemarkt. Dort hatten Beamte des Landeskriminalamts Drogenspürhunde dabei. Angeblich soll es mehrere Festnahmen gegeben haben. Hintergrund der Razzia sind offenbar Ermittlungen gegen die Gangster-Rap-Gruppe Straßenbande 187. Alle durchsuchten Objekte haben demnach einen Bezug zu den Hamburger Rappern, die vor kurzem noch ein Konzert in der Barclaycard-Arena gegeben haben. Beide mit dem Teil der Rappern im Schiff. Die Karte der Rappern in der Rang sind auf die Rappern in der Rang.